BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Mainz im Dezember 2017. Schinji beendet die schwarz-gelbe Negativ-Serie und sorgt für pure Ekstase. Genau dafür ist er Experte. Ob in letzter Minute, im Derby oder im Pokalfight gegen die Bayern. Er scheint der Mann für die wichtigen Tore. Zu seinem Ehrentag lassen wir seine schönsten Treffer noch mal Revue passieren. Happy Birthday, Shinji! Platz 10 geht dann eine wunderschöne Kombination zum 2 zu 1 Last-Minute-Sieg-Treffer gegen die Wölfe. Auf Rang 9 dann ein Kunststück. Der gelupfte Seitpalzier im Pokal gegen Sandhausen. Auf der Acht Shinjis Volley-Kracher in Köln mit Schmackes unter die Latte. Auf dem siebten Platz dann ein Tor für die Geschichtsbücher. Mit dem Sieg gegen Gladbach macht der BVB die Deutsche Meisterschaft klar. Ein Tor aus der jüngsten Vergangenheit schafft es auf Platz 6. Volley-Seitfalz hier gegen Freiburg. Und auf der 5 ebenfalls ein Treffer aus der aktuellen Saison. Diesmal gegen Augsburg. Ein Lupfer fürs Poesie-Album. Und jetzt mit Köpfchen. Dieser Derby-Treffer hat ohne Frage einen Platz in Shinjis Top 10 verdient. Für uns Platz 4. Und gleich nochmal gegen die Blauen. Ähnlich wie in Augsburg und doch so viel schöner. Platz 3. Nicht ganz so spektakulär, dafür aber umso wichtiger. Shinjis Tor im Finale gegen die Bayern. Rang 2 für den Auftakt einer unvergessenen Pokal-Nacht. Und dann der Platz ganz oben auf dem Treppchen. Shinji trifft in seinem ersten Derby gleich zweimal und krönt sich zum Derby-Helden. Sein Stich ins Schalker Herz unvergessen. Und wir wurden vergessen. . 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